Ich sterbe innerlich. Oh, warte, ich bin der Lange, yeah! Ich werde nicht mehr überrascht, wenn du der Lange wärst. Du bist der Fette. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Ping? Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Pussi, wo ist die Pussi? Ähm, ähm, von all den Tieren? Ich, ich mag Hunde. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Oh, ich hab da, hm, was gibt's denn? Ach, kein Wasserstoff, schade. Nimm 10, oder 10? Ähm, ja. Achso, ich bin ganz spontan heute. Ich, ich hab was Angst. Wollte ich hier überspringen, oder? Aaaaaaah! Mal. Was? Was? Yay! Haft genug! Oh. Hihihihihi! Ah, okay. Achso, jetzt muss ich ein Reihenportal machen. Klar, du musst auch mal Sachen alleine machen. Klappe! So, jetzt kannst du weggehen, aber ich mach die Tür für dich aus. Ehh. 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 Sorry. Ehh. 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 Fick dich. Ehh. 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 W- Ehh. 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 Ähhik. Ehh. Ich bin immer noch hier. Besser, deine Mutter hat dich nicht Kevin genannt. Gehst du da weiter? Wolltest du schlage? Okay, okay, okay. Du guckst jetzt auf den Knopf. Alter, ich versuch's zumindest. Das ist ein scheiß Würfel. Bedeutung ist dahin. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Feuer nicht gerichtet! Sorry. Ah, du kommst an! Oh mein Gott. Wenn du respawns esse ich den Bonbon, ja? Und wenn man das knistert. Okay, los. Ich kann nur eins setzen. Ach, jetzt ist es okay. Ich bin nie gegen mir, ich kann nur ein Portal setzen. Endport ist zwei. Denn Herbe, steckt euch und rein! Das war jetzt kein sehr akkurates... Schnuck, schnuck, schnuck! Schnuck, schnuck, schnuck! Jaaaa! Heeeey! Heeeey! That's right! Au! Ha! Bitch! Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihren entsprechen menschliche Eigenschaften an. Ähm... Du bist fett. Was willst du jetzt machen, ne? Äh, warte... Oh! Stopp! Achso, nein! Stimm! NEEEIN! Hehehehe! Die kann man hier versagen. Es ist nicht mal ein Test. Äh... Was für ein Gender sind wir? Was haben wir für ein Gender? Die Frage beantworte ich nicht. How to be a gamer, girl? You are by, I am by. Aren't you all in a bind up? Shut the fuck up, I'm gonna fucking laser you. Shettingley cap of magic. Who for it was it was? Fürっていう number, is 너 da5 Punkte von悸ðrm!! Ich bin Hufflepuff! Blu erhält 5 Cool. Wenn du jetzt wieder der Punkt bekommst, werde ich zufrieden. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Einer ist für hoch, einer ist für unten. Ah. Nero sperrt man... Der Lobo... Oh. Sag ich doch, Nero sperrt man nicht einen. Ich wäre fast auf das falsche gegangen und dich zerquetscht. Du sollst schon rumschreien und heulen. Nein! Du hast Orange gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du... Geil! Okay, du gehst jetzt da durch. Aber das ist die von mir. Ja, und dann kommst du auf die Plattform. Marion! Ich... Guck, das geht langsam runter. Hey. 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 Mein... Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid hier gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert hat. Was genau dafür vorgesehen ist. Nicht mit Lawrence diskutieren. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Was ich mit Chaos nichts machen werde? Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Jeden Tag. Jetzt musst du mir vertrauen. Okay. Du überwächst dich auch sehr an den Lass. Martin, ich bitte dich. Okay. Alter, komm! Nein! Okay. Nein! Ich hoffe, es fehlt. So, komm mal. Was ist jetzt? Ja! Station. Deine! Deine! So, komm mal rum, wo der Würfel war. Oh mein Gott. Wow! 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 Jetzt bist du hier oben und machst dir so einen Knopf da oben, der da einen zufälligen Würfel runterfällen lässt, der am Ende des fucking... Nun... Warte, 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 ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool. Geh weg, geh weg. Nein! 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 Sieben! Ich mach Schiffff! Stärk Stärk Oh Gott Lachen wir was einfacher Dein Vater heißt Kevin We got party Nananana Ich bin nicht so weiter daneben gesprungen Nicht grad wenn ich da bin ich grad Oh my god Nein nein NOOOOO 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 NICHOL NICHOL Ich spreche mich in der Schule nicht an Hahahaha Lass halt mal die Aufgabe machen Ich trau dir nicht ganz Ich erinnere mich Mach weiter mach weiter mach weiter Nein 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 du gehst jetzt da hin Ich erinnere mich an das Level Du warst das jetzt Nein 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 Take on me Take on me Ähm so hoch dass ich auch hinkommen kann Oh Gott AHHHHH 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 Du hink dich Du hink dich Man sieht doch so richtig schön bei mir auf der screaming Ja mann Ja? Kannst du mir eingefallen tun? Ja. Kannst du in Live-Chat den Karsonex grüßen, bitte? Den? Wie nennt sich der? Den? Karsonex. Karsonex! Ich grüße, grüße von, ähm, von Hasnagom. Von wem? Von Mandy Jack. Von Mandy Jack. Genau, Mandy Jack. Sorry. Danke sehr. Ähm, ähm, ähm.